Willkommen zurück zu einer neuen Folge Liquid Space hier bei FIFA 14 mit Ascanius und neben mir der Kalito wieder. Ihr seht noch das Ergebnis vom letzten Aufeinandertreffen und Kalito hat zwar gesagt, er möchte ganz gerne Schalke spielen, aber ich habe gesagt, wir machen eine Revanche, weil wenn ich jetzt sonst gegen Schalke gewinnen würde, heißt das nachher, weil ich jetzt Henke gespielt habe und ja, das kannst du nicht auch beruhen lassen, das 5-2. Ja, genau, genau, also ich bin dann doch ein bisschen traurig und muss mich heute Nacht in Schlaf weinen und da habe ich nicht so Lust zu. Ja, schauen wir mal, wie das ausgeht. Ich glaube, diesmal wird es anders ausgehen. Nicht 5-2. Nee. 6-2. Ja. Ja, genau genommen ist es ja 2-5 rausgegangen. Nun, das war auch mutig, oder? Ein bisschen, aber... Wir haben ja schon festgestellt, dass du mit mutig kein Problem hast und du hast hier so einen Dusel, ne? Das ist ja Wahnsinn, ey. Ich gehe genau da weiter, wo das gerade aufgehört hat. Ja. Geht auch dazu ein bisschen, ne? Aber muss doch nicht sein. Nee, das stimmt. Das war jetzt auch wieder sehr mutig. Ja, mach's gut. Das auch. Also das ging aber noch. Ja! Dann kriege ich den Ball da natürlich noch an der Flossen, ey. Ja, irgendwie, wie gerade auch schon, fehlt mir jetzt schon wieder der nötige Zentimeter. Das ist eine allgemeine Dortmund-Schläche, würde ich sagen. Ja, im Abschluss auf jeden Fall. Kommt halt vor, man kann nicht immer alles haben. Wäre schön in Vorlage gemacht. Ja, nur da war doch ein bisschen... Viele Beine. Ein bisschen sehr weiß. So um mich herum. Jetzt ist... Jetzt ist? Dann hat es mal schon gar nicht eine Mitte gewesen, also da hätte gar nichts geblieben. Ja. Na, was versuche ich denn so ein Pass überhaupt? Der kann doch gar nicht ankommen. Der soll dann ja auch noch außen kommen. Hab ich mir gedacht. Das sieht schon gar nicht ganz besser aus. Aber ein bisschen. Ja, ja, du sch... Weißt du, die Seite war immer eine starke Seite. Deine Schokoladen-Seite, oder was wolltest du mir damit denn sagen? Wir sind aber in irgendeiner Richtung. Na. Wie ist du wohl? Öö. Ja, das war klar. Das war klar. Haut er mich da erst um. Macht er ein Tor. So spielen die Dortmunder wieder. Ja, genau. Ja, wenn du dich da so freistehen lässt, dann kann ich auch mal ein Kopfballtor und ich hab dich umgehauen. Ja, ja, komm. Was war das denn da? Du hast Probleme mit der Schwerkraft. Das war ganz normaler Körpereinsatz. Dürfen. Also ein taktisches Vorfass. Bitte nicht, ey. Also Roll war jetzt übertrieben. Aber ja, also letzter Mann war es nicht. Aber ja, du hast wohl recht. Also Gelb hätte man da wohl definitiv gegeben müssen. Ah. Da muss ich dir wohl zustimmen. Aber soll ich dir was sagen? Was der Schiedsrichter nicht gibt, gibt er nicht. Ja, es ist halt so. Du gehörst ja auch dann bei, haben wir gerade noch gesagt. Ja. So ist das wohl. Komm schon, wie kriegst du noch? Oder auch nicht. Ja, versuch was wert. Ja, ja, ja. Da soll doch gar nicht so steil kommen. Muss ich dazu geben? Nee. Hätte, hätte, vorab, käte. Ich hab gar nicht hätte gesagt. Nee, ich aber. Du sagtest sollte und ich sagte hätte. Nee. Nee. Scheiße, hat er nicht. Hab ich dich nass gemacht, hab ich dich. Ey. Du gehst nämlich da weg und ich krieg nicht mal einen Freistoß, ey. Sonst geht's aber. Ich hab so das Gefühl, der Schiedsrichter ist echte, bitte. Und der gerade war bei dir im Tor genau. Und meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Ah, der ist gerade in der falschen Richtung. Ja, so ist das wohl nicht. Ja, da wollte er sich das Abseits sparen. Nie im Leben. Ja, anscheinend jawohl. Nie im Leben. Wo ist das Abseits? Wo ist das Abseits? Ich hab's auch nicht gesehen, muss ich zugeben. Leckerlich, ey. Das ist eine Schiebung, ist er hier. Die Striche sind doch gefaked. Der soll doch nach vorne nicht da. Ganz nach vorne da. Der war doch vorne. Und, äh, links hin. Nicht nach. Irgend so. Ja, hab ich gesehen. Ja, aber irgendwie, du stehst auf jeden Fall kompakter, hab ich das Gefühl. Also, da stand Pässe 69% bei mir. Das ist aber bitter. Das schlägt mich sonst nicht. Oh nein, er ist doch zu lang, ey. Ja, sonst geht's nicht auch, ey. Ja. Ohoho, dann machen wir das auch ein bisschen, was ganz wichtig ist. Ach Quatsch, Blödsinn. So machen das gute Spieler. Boah, bitte. Ach komm, das war ja jetzt wohl beigespielt. Das war ja wohl mal ein bisschen weggepokt, ey. Ich bin halt im Togler. Da ist er, da ist er nicht. Ich muss sagen, also eben hatte ich mehr Chancen. Ey, blockiert der mich da einfach. Ja, und? Problem damit? Ja, siehst du ja wohl. Ja, da ist er wohl. Und das war, da wollte ich gar nicht so hinspielen. Da wollte ich auch nicht hin. Nicht. Auch wenn da einer gewesen wäre, wäre die Idee ja gut gewesen. Ja. Wann doch niemand. Höh, höh. Ne. Sag doch ne. Ne, vielleicht doch. Schwein gehabt. Ja. Ne, du wie ich. Das Gleiche. Ja. Na, 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 na. Er war ein bisschen zu weit nach hinten gespielt. Oh der war gut gespielt. Boah wie ich schweine. Mann ey. Was? Fuck ey. Nein. Hach scheiße. Komm so. Nimm den Kekser glücklich und. Joa. Ne. Da habe ich was gegen. Finde ich echt uncool. Und dat ist recht. Und dat sowieso. Ah ne Scheiße. Der war gut. Der war gut. Sollte eigentlich keinen Nutfer werden. Nicht. Nie. Gut. Dann läuft ja. Sitzt du zu nah dran oder? Ne ich glaube du sitzt zu weit weg. Aber ich weiß es auch nicht. Also wir sitzen unterschiedlich nah dran. Deswegen habe ich ihn jetzt so ein bisschen zu dir gedreht. Das kriegt man wahrscheinlich nachher eh nicht mit. Aber. Joa. Joa. Hast du ihn gesehen. Und dann kommt der. Und dann kommt der. Und dann ist der natürlich da wieder. Joa. Joa. Ja bitte was. Ja für dich ey. Guck der mich da um ey. Als ob es keinen morgen mehr gäb. Den habe ich aber schon damals gesehen. Hätte ich jetzt auch mit gerechnet. War nicht so. Wart 5 Minuten in der ersten Halbzeit. Was ist denn passiert? Kann ich denn nicht sagen. Ein Tor? Ja ein Tor. Auch nicht wirklich. Ne. Ist schon ein schöner Schildsrichter. Boah. Da ist aber jetzt auch wieder. Du bist ja echt spannend da hinten ey. Ja. 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 Ich glaube die zweite hatte genug. Also ich habe es immer viel oder immer. Das einzige was man sagen muss. Ich konnte die erste Halbzeit noch nicht richtig für mich nutzen. Mein Gott ey. Also ich spiele gerade einen Scheiß zusammen. Lass ich mal zugeben. Das ist nicht mehr feierlich. Ja. Das ist wohl so. Aber man muss auch sagen mit dem 1-0 in der ersten Halbzeit bist du noch gut bedient. Ja. Kann man so sagen. Ich denke wenn wir uns jetzt die Statistik gleich anschauen. Ich glaube die wird auch eine eindeutige Sprache. Ja auch gar nicht. Gar nicht mal so. Gar nicht mal so. Doch. Schussgenauigkeit. Ja okay. Ja. Das ist peng. Meine Passgenauigkeit ist für meine Verhältnisse unter aller Sau. Ja das stimmt. 67% Passgenauigkeit ist richtig mies. Wir hätten jetzt mal prozentual gucken müssen wo der Ballbesitz hier war. Ja wahrscheinlich ziemlich bei mir in der Hälfte. Ja das hätte ich jetzt auch vermutet. Ja ich versuche mal. Nur da kann ich mir ja nichts von kaufen. Ja wenn du deine Chancen nicht machst kannst du ja ganz schnell rechnen. Ja richtig. Boah der war. Ja. Kannst ja mal versuchen ne. Den hast du weitergeleitet glaube ich. Boah jetzt habe ich natürlich. Wo ich hinspiele. Und nicht äh. Wer irgendwie kommt. Na ja. Pass auf mit sowas. Da kennst du dich ja. Bestens mit Ausbefehlern ja. Zumindest auf meiner Seite. Das wird sofort schnell passieren können. Fehler und Einladung. Ja. Ey. Das war doch mit Sicherheit ein Faul. Du hast mich gezogen. Gehalten. Ge-ge-ge-ge-ge. Weiß ich nicht. Genötigt hast du mich. Ach. Ja ganz stark. Ganz stark. Ganz stark. Oh das aber. Ja bitte. Da hast du mich aber gezogen und gezippelt und weiß ich was. Ach Quatsch. Ganz starke Torwartleistung. Da hätte ich besser zurückpassen sollen. Ich glaube der war schon vorher aus oder? Nein doch nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott bless the Queen. Oder wie heißt der so schön ne. Ungefähr. Gut dass wir hier in den UK sind. Oder auch nicht. Aber da gibt es übrigens. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Eine ganz starke Anmoderation auf Englisch. Also für unsere international Freunde. In einer Folge von Mac. Wow. Ja voll gut. Wieso kriegst du eigentlich immer Einwurf wenn ich den Ball ins Ausspiele. Ah was wird das denn. Kann dann jemand den Ball annehmen. Die lange oder die kurze Antwort. Oder gar keine. Da müssen gar keine. Okay. Okay. Na bitte. Bitte. Danke. Scheiße. Wie viel wollen wir noch einen Tacken weiterspielen. Ja hätte. Hätte. Fahrradkette. Hat er nicht. Schon wieder so ein Torrad. Wo kommt der eigentlich immer her? Was macht der denn? Ich glaube der hütet der Tor. Wie er mir jetzt auf den Keks geht, würde ich sagen, hätten mal seine Eltern besser verhütet. Was war denn jetzt los? Jetzt habe ich dich umgerupft und dafür kriegst du einen Freistoß. Nein, du warst im Abseits! Ich habe aber auch erst gedacht, war der jetzt Freistoß oder Abseits? Also ich hätte jetzt auf den Freistoß getippt, aber Abseits ist mir natürlich lieber. Das ist mir schon klar. Wieso stelle ich den überhaupt hin? Oh Mann ey! Ich hätte gerade das Gefühl, dass ich komme jetzt ein bisschen mehr, aber du kommst jetzt ein bisschen mehr? Bist du versaut hier ey! Muss ich hier gleich noch durchwischen oder? Ja, weißt du doch. Ich kann auch noch nicht schreien werden. Zu langsam die alten Krüppel hier ey! Wo sind denn meine schnellen Außenspieler, wenn die nicht mal vorne stehen? Wo kann ich das nochmal umstellen? Wenn sie einen Kaffee trinken. Aber ein bisschen mehr wird machen jetzt. Wieso nicht. Uh, der ist nicht gut. Uh, dann aber auch nicht! Wieso nicht? Diese Zentimeter da, ne? Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö flanken müssen also was sagt man noch nicht auf youtube was sagt denn er hat mir immer meine spieler jungen und bin nicht geahndet oder ich stehe im abseits sind da wieder geahndet blöd fug ist alle blöd fug außerdem hau ich deine spieler nicht um ich weise sie ganz dezent auf die die existenz der schwerkraft weil sie sich mal im realen Leben auf die Schwerkraft in der Welt komm schon Bale was kann er nix kann er ach man ey so ich glaube ich guck mal in mein teammanagement mir werden die spieler ein bisschen zu lang so auf flügels ich guck mal haben wir denn noch so um eh Hohi noch ich mein Ôn Hohi russ ne warte mal das ist ja scheiße nee 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 da bin ich ja gar nicht hey nee 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 russ zentral ja genau das habe ich schon überlegt So, ne so. So rum ist gut, ja. Jo, dann nehmen wir den Vigitalian raus. Ja, genau. Das wäre jetzt so mein Gedanke gewesen und dann bringen wir auch noch den Money. Ne, jetzt habe ich den auch... Ne, 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 ich bin hier zu doof, ein paar Auswechslungen zu machen, so. So, so, genau, dann bringen wir den Money noch dafür und dann haben wir noch eine Auswechslung über und dann kann alles gut gehen. Ne? Ich habe auch gewechselt. Ein bisschen frische Kräfte, aber dieses Mal, guck mal, wenn du überlegst eben 5-2, jetzt 1-0, deshalb, wie wir sind. Du weißt, das Spiel ist noch nicht zu Ende. Ne, ne, aber bis zu 71. Minute habe ich gerade auch noch gekauft. Ne, also... Du hast mich abgelenkt. Ja! Einwechslung. Ja! Scheiße, Mann! Das wird doppelt schwer. Aber, 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 aber das, das war ein schöner, schöner Spielzug. Kannst du ja nichts sagen? Ja, ja, also schön schnell, mit dem Einruf da eben rüber, Lücke gesehen. Da, der war so frei. Hast du denn auf Over the Top geguckt? Ich habe es mal eine Käppi nach hinten gemacht. Das ist eine Kampfansage. Ja, alles klar. Weiß nicht mal, was Over the Top ist, oder? Nein. Oh, shit. Over the Top ist oh, shit? Nee. Oder der Ballverlust ist oh, shit. Äh, ey! Ach, guck schon! Komm! Ach, mein Gott, ey. Keine Bewegung da. Ja, ne, aber. Ich habe jetzt gerade irgendwie was ungestört. Das hätte ich vielleicht nicht mehr ansehen. Ach, Mann! Boah, verruxierter. Ah, genau da soll er da gar nicht hin, ey. Das sind zwei in der Mitte frei, ne? Und dann kriege ich den, der da irgendwie noch gedeckt wird. Ja, kann man auch nochmal machen. Ach, verdammt, da wollte ich. Ich wollte auch in die Mitte. Da wäre Ober-Wayang, der hätte ich lang gelaufen. Ja, das hätte ich nicht mehr. Ja, ja. Ich habe auch mal eine schöne Art. Nee, nee, nee. Tut, tut, tut. Eine ganz coole Sache hier. Pfff, gelb rot. Ich habe nicht mal einen mit einer gelben. Ja, bis jetzt. Manni, gerade da und dann schon. Das war meiner Ansicht nachher der Ball gespielt. Deine Ansicht nach, deiner Ansicht interessiert die ja auch nicht mehr. Sag's du! Ja, die sind sehr frei. Spielen lassen. Mein Gott, ey. Wolltest du zu klären, oder? Nee. Ja, nee, 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 nee. Nee, eigentlich nicht zwingend, aber... Ich meine, da war er schon mal weg, ne? Ah, zu kurz! Ach, komm schon, ey! Gelb. Ach, lächerlich. Sie sind schon ein bisschen... Sie sind auch in der Sau gerade drauf. Was machst du mit deinen komischen Gutalo-Leuten, die du... Hast du dir alle das auf der Bank gesitzen lassen, oder? Ja, ja, weil die keine 90 Minuten ohne Gelb-Rot überstehen, weißt du? Oh, mein Gott, ey. What? Nie im Leben! Oh, war ja fast sein Anwürfer. Ja, stimmt natürlich, hast du recht. Ja, mein Gott, ey. Ja, brauch ich nicht kommentieren. Also, das kriegst du dieses Mal gar nicht geschissen, irgendwie. Ja, mein Gott. Ey, vielleicht müssen wir doch noch mal so Wunsch machen. Gibt es doch nicht, ey. Anscheinend schon. Darf dir gar nichts sehen. Ne, warum auch? BAM! BAM, BAM, BAM! Da setzt mal den Krone auf. In der 90. hier zum 3 zu 0. Für die Borussia. Der Ascanio rockt ihn jetzt hier so richtig. Das gerade war nur zum Warm-up. Ja, ist klar, Junge. Dann müsst ihr wohl ein 2 aus 3 machen, wa? Das hilft dir auch noch nix. Ja, mit Wunsch. Ja, nee, das war noch nicht der Schlutzpfiff, das war abseits. Achso. Oh. Oh, sagt er. Aber du bist ja gar nicht geredet. Ja, doch, das war nur ein Abseits. Ich dachte, du gehst hinter mir. Nee, noch nicht ganz. Fast. 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 Das Problem bei dem Ziewasser ist, wenn du was von trinkst oder so, dann geht es ja eigentlich so. Du meinst, wenn du zu viel kriegst? Wenn du zu viel trinkst, dann wird es aber wieder einen negativen Dorf. Also ich könnte mir so vorstellen, dass ich es auch vielleicht da reinheben kann. Du, ich habe genauso viel Ziewasser getrunken wie du. Von daher ist das jetzt nette Rausrederei, aber wenigstens im Anschluss. Hätte eh nichts gebracht, da war der Benzema, der die Flanken geschlagen worden. Ich weiß. Und ich habe wieder viel zu feste draufgetrückt. Ich würde eher sagen, zu lang. Ich glaube, drucksensitiv sind die Leute, oder? Nee. Du wusstest, was gemeint ist. Ja. Ist ja schon mal was. Ja, Glückwunsch. Ja, ich würde sagen, zum zweiten Mal. Klare Geschichte. Ja, würde ich auch sagen. 3-0. In dieser Partie auch zu keinem Zeitpunkt wirklich andrennen lassen. Nee, wirklich. Nee, also... Also, ja. Also, zweiter Halbzeit hast du auf jeden Fall, da hat sich jetzt bei mir nicht viel verändert. Muss ich sagen. Ja, gut. Da habe ich auf jeden Fall... Kann ich heute Nacht schlafen, ohne zu weinen. Ja, seid doch noch nicht so sicher, wer. Ein Spiel machen wir noch, oder? Ein Spiel machen wir. Ja, ja, klar. Kein Problem. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt FIFA 14 bei Liquid Let's Plays. Ja, bis dahin. Ja, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.